Hallo meine Dienstgeschauer und herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Part von New World. Wir sind jetzt hier in dem Gebiet, wo ich jetzt mal ein anonymes Geschenk abfertigen soll. Da soll ich jetzt sammle folgendes von glühenden Vorräten überall im Singvogelbergwerk. Funkelnde Erzprobe. So, jetzt muss ich erstmal die funkelnde Erzprobe natürlich, müssen wir jetzt erstmal finden. Man hört hier zwar Gekloppe und alles, aber Erfolg freigeschaltet. Immer Fall kennenlernen. Degg 38, benannte Sehenswürdigkeit in diesem Gebiet. So, gut. Vielleicht muss ich ja da an das Bergwerk hinein. Aber das würde ich mir auch nochmal angucken, aber das können wir erstmal hinterher gucken. Warte mal, der Stube 15. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier mal die Straße weiter entlang und... Das ist hier, wo so ein funkelndes... Die Stube 15. Der ist schon mal, oder? Oh, 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 oh. Ach, Scheiße. Nee, ich brauche unbedingt hier, wie er meint. So. Oh, Mann. So, hat mir das jetzt die eine aneinandergegen, ich dachte eben gerade, hat mir das eine gemopst. Ah, alles klar, das ist das, was ich jetzt zangeln soll. Gut. Nee, ich bin ja mehr tot als lebendig. Deswegen, das sollte man sich immer angefühlen, oder sollte ich mir auch angefühlen, an dem Ort, wo ich denn jetzt eine Mission mache, einfach ein Z-Lager aufbauen, dann hat man erstens respawn-Punkt, wenn man drauf geht und zweitens, man kann kurz zurückgrenzen, so wie jetzt sich heilen und dann kann das weiter. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was fällt mir gerade was ein, mein Inventar ist ja schon wieder fast Maximalgewicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das noch irgendwie vom Gewicht her erweitern kann, dass man mehr Gewicht jetzt hat, äh, tragen kann. Wenn ja, oh, guck mal, das Ding ist schon wieder respawned. Oh. der war der riesen zertag dass wir schon wieder respond so gerade mal alle was haben die für eine reichweite ach so das ist der typ der mich hier so ja genau rein ins feuer so jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal gucken wo hier nochmal so ein funkelndes gedöns ist ah da hinten ist was ok dann schnappen wir das auch mal die sind da stufe 20 warte mal was silber ey cool da bauen wir auch gleich mal ab scheiße da muss jetzt unbedingt was los werden ja ne da muss ich jetzt hier unbedingt scheiße ja alter alter ja ne hier scheiße ja ne ich kann jetzt auch gar keine aktion hier ausführen alter was für eine reichweite haben die tentakel ist ja heftig oh danke er hat mich geheilt danke 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 ich muss jetzt hier erstmal was los sehen das mein inventar ähh gegenstände wegwerfen ja scheiße ich kann jetzt hier auch leider kein lager schuppen und schnellreise kann ich ja jetzt leider auch nicht machen weil hier ja ich kann ja leider ich weiß gar nicht ob ich jetzt auch ne schnellreise punkt von hier kann ich nicht machen sonst würde ich das ja schnell mal nehmen und dann nach immerfall zurück zu meinem lager und dann wieder hier hin zurück aber das geht da leider auch nicht kacke verdammte normale würde ungern die herstellen und geister schreien ist hier vielleicht ein geister ja warte mal ja warte mal gut man kann hier immer wieder heute aber trotzdem ja ich kann hier vielleicht irgendwas unwichtiges wegschmeißen naja ich will gerne alles behalten verdau ich nochmal aber jetzt hier zur der 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 lange warte mal warte mal warte mal was ist wenn ich jetzt frischholz ja egal dann renne ich erst mal kurz zur stadt nehmen an das war ein lager schuppen ist ich möchte die sachen ungern wegschmeißen kann man so gut ich kann das natürlich wieder heute aber das dauert dann auch wieder elendig lange bis ich mir das alles zusammengefarmt habe müssen wir eher darauf achten dass ich mir mein inventar immer eher leer mache bevor es dann so voll ist dass ich da nichts mehr tragen kann kann man das hier auch anklicken irgendwie komm ich jetzt überhaupt rein in die siedlung tot zum vorgang erinnerung verwenden du musst für pvp eingestellt sein und einer fraktion angehören um derzeit beitreten zu können oder werde jetzt etwa diese fraktionskontrolle von der sind nicht ach komme ich da jetzt nur rein wenn ich zum syndikat gehöre und pvp markiert bin ach das ist doch scheiße ist das so jetzt ach kacke ja ich habe gedacht ich könnte da sein mein lager schuppen rand denn die alles rein und dann meine anderen sachen auch wieder aufnehmen und dann ist gut aber hier gibt es doch kein geister schrein woher haben wir denn hier das sagt knack gut dann werden wir jetzt mal zurück also ist dann vor jetzt nur von immer nur also quasi die leute die dem sindikat oder der fraktion angehören die es kontrolliert kommen also da rein oder wie da versteht das ist richtig die marideure da würde ich hier also reinkommen natürlich blüte so war mir jetzt hier kriegslager kann ich ja noch gar nicht da muss auch mal kurz angucken wenn wir schon hier sind kommt man denn hier jetzt irgendwie rein oder auch unter bestimmten voraussetzungen ok belaberungs hier ist aber auch kein lager schuppen und gar nichts na gut daneben nicht na gut daneben nicht hier ist so hier ist bei der ich schweiler ja der Dann die Reitweite bitte. So, warte mal. Oh, jetzt kann ich mich schon wieder nicht bewegen, weil ich schon wieder selber abgekackt ist. Oh, Leck entdeckt. Ja, supi. Auch das funktioniert nicht. Ganz toll. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ganz toll. Dann, weiter mal. Also war es unser Auto. Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr überlassen. Ich kann mich übernehmen. Ich kann mich übernehmen. Und ich kann mich übernehmen. ja das bringt nichts das bringt muss überhaupt nichts das haben die für eine enorme reichweite das ist schon abartig das ist schon abartig diese tentakel das ist schon abartig was für eine reichweite die haben auch Ah! Dann machen wir das eben so! Oh! Oh! So! So! Alles klar. Och, jetzt will der auch noch was von mir. So, meine Sachen, die ich jetzt rausgeschmissen habe, die sind weg, das sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob die sich dann einfach quasi auflösen oder ob sich die ein anderer Spieler schnappen kann, aber die sind weg. Okay, so, jetzt müssen wir, ähm, äh, warte mal. Ach ja, stimmt, das muss ich ja auch noch machen, dieses Stadtauftrag. Ja, okay, gut. Dann machen wir das auch nochmal. Was hat das jetzt eben gerade? Achso. Äh, so, warte mal ganz kurz, hier mit dem Stadtauftrag. Ähm, bo, 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 zu tun, äh, ja, genau, hier. Oh, Mann, ey, was für eine Reichweite die Dinger haben. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, verdammte Tat, ey. Was sind das hier, diese Truhen? Ne, ne? Ne, ich glaube nicht. So, warte mal, aber. Ne, ich muss jetzt irgendwie mehr hier hin. So, ich bin jetzt mehr oder weniger mittendrin. Oh, Mann. ja gut jetzt ist egal jetzt das wurde nach dem trug beschädigt ja da muss jetzt ein anderes mal machen denn ich habe jetzt gesagt keine ahnung ich habe die trugen hier gar nicht gar nicht jetzt gesehen deswegen was ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht kann man auch mal anderes mal machen so egal alles wurde hier beschädigt gut dann reparieren wir mal wenn ich das noch kann 9 zack jetzt habe ich keine roturteile mehr naja egal so also das fragezeichen will ich mir nochmal angucken okay Okay. Was haben wir denn hier so schickes? Nichts. Und wer bist du? Du solltest nicht hier sein, Mensch. Dieses Land ist versehrt und wird nicht zögern, Eindringende zu beseitigen. Und warum bist du denn hier? Oder ist sie kein Mensch? Töchter brunnen im Garten, toben Kinder der Natur fröhlich und mit einer entlosen Willigkeit umher, bis Ewigkeit selbst an ihre Grenzen stieß. Okay. Gut. Ähm. So, warte mal. Okay. Jetzt sind die immerfalle Sittlung. Aber warte mal. Wo ist das andere Typ, den ich jetzt nochmal besuchen soll? Äh. Wo war der jetzt nochmal? So, wir sind doch jetzt zu Jonas Dingsbums zurück. Das war, glaube ich, hier, ne? Äh. Wo war das denn jetzt? Hä? Moment. Sprich mit Tegla Petrovski, sprich mit Jonas, äh, alle, alle, oder sind die jetzt in immerfalle? Beide. Egal. Ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Warte mal. Der ist 800. Das. Ja, aber. Ja, das ist er hier mit der Petrovskio. Egal. So, ich bin jetzt hier den Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen, was du gefallen hast. Daumen hier ein Abo. Dann ist es nächstes Mal wieder dabei. Bye, bye. Bye.